Im Buch der Friesen steht geschrieben, der Friese trinkt wenig, aber dafür oft und dann viel. Frieda, dieser Kaffee war eine Spur zu kalt. Wenn Sie was Warmes wollen, müssen Sie ein Bier bestellen. Du kriegst gleich eine. Wer kriegt die andere? Daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert, außer dass er womöglich heute Abend noch etwas mehr trinkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017